Der OMI-Token hat nun endlich Utility und der eine und andere wird sich natürlich fragen, hey Cap, wie bekomme ich denn jetzt eigentlich diese OMI-Token von meiner Exchange bzw. meine Ledger oder sonst was auf den Layer 2 bzw. in die Vivi-App. Das schauen wir uns auf jeden Fall heute an, wir schauen uns aber auch nochmal den Weg an, wie geht denn das Ganze eigentlich zurück. Das heißt, bleibe auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wenn du nur eine Sache hören möchtest, schau auf jeden Fall hier unten da bei den Timesteps. Ich werde das Ganze hier einmal in zwei Teile gliedern, wie gesagt, einmal auf die Vivi-App und einmal von der Vivi-App runter. Ich wünsche auf jeden Fall mit diesem ganzen Video ganz viel Spaß. Wenn dir das Ganze Video erst mal gefällt von der Idee, gebt dir ein ganzes Video auf jeden Fall sehr gerne ein Like und ansonsten würde ich sagen, starte jetzt auch direkt rein ins Video. Und starten tun wir an dieser Stelle natürlich dann auch erst mal mit dem Part, wie bekomme ich jetzt meine OMI-Token von meiner Exchange auf die Vivi-App. Und hier müssen wir natürlich auf der Exchange selber erst mal starten und hier gehen wir zum Beispiel jetzt auf Bitforex, ganz einfach ist bei jeder Exchange oder auch beim Ledger, identisch auf Y-Draw, gehen dann hier natürlich auf ERC20, ganz ganz wichtig, ERC20 nicht Go-Chain, denn ansonsten werden eure OMI-Token tatsächlich komplett geburned, beziehungsweise werden einfach verschwinden, werden nicht ankommen und dementsprechend definitiv nicht machen. Dann haben wir hier natürlich das Feld Y-Draw-Address. Hier müssen wir dann an dieser Stelle erst mal davor noch in die Metamask gehen, unsere Metamask-Adresse kopieren und diese dann natürlich hier einfügen. Das geht natürlich relativ simpel und dann müsst ihr natürlich hier noch euren Amount auf OMI eintragen, den ihr transferieren wollt. So, jetzt hier fallen erst mal auf jeden Fall Gebühren an, um das Ganze auf die Metamask-Adresse zu schicken. Dann kommt ihr sozusagen hier auf die Metamask-Adresse mit euren OMI-Token. Wenn ihr noch gar keine OMI-Token hier auf der Metamask drauf hattet, kann es sein, dass ihr den Token tatsächlich nicht seht. Dann geht ihr hier unten auf Token importieren und gebt hier einfach OMI ein. Ihr seht jetzt, bei mir ist das Ganze jetzt schon ausgegraut, weil ich das Ganze schon habe. Dann geht ihr unten einfach auf Weiter und fügt das halt einfach hinzu. Dann seht ihr auch den Token. So, das ist jetzt erst mal das Step 1. Wir haben unsere OMI-Token jetzt erst mal auf die Metamask geschickt und jetzt brauchen wir ein weiteres Tool und zwar nämlich die Bridge. Ich werde euch den Link dafür unten einmal verlinken. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall hier mit eurer Metamask-Adresse anmelden und dann habt ihr im Prinzip hier dieses Feld vor euch. Da geht ihr jetzt an dieser Stelle einfach auf Deposit, denn wir wollen ja unsere OMI-Token jetzt von der Metamask hier auf die Bridge holen und dementsprechend gehen wir dann hier auf Deposit, wählen hier unseren OMI-Token aus, den Amount, den wir sozusagen transferieren wollen. Auf Next müssen noch mal Fees bezahlen und dann wird das Ganze hier auf die Bridge geschickt. Hier haben wir dann jetzt unsere Token unter Transfer und hier müssten sozusagen, wenn das Ganze fertig ist, bei Maximum auf OMI eure OMI-Anzahl stehen, die ihr sozusagen transferiert habt. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, ihr braucht natürlich aber auch Ethereum hier auf der Metamask, um hier auch die Transaktionen durchführen zu können, um hier natürlich auch zu bridgen. Ihr braucht jetzt wie gesagt hier im Prinzip zweimal Fees zu bezahlen, einmal sozusagen von der Exchange auf die Metamask und dann von der Metamask hier nochmal auf die Bridge selber. Das heißt, ihr müsst ja auf jeden Fall definitiv auf der Metamask auch Ethereum haben, um das Ganze machen zu können. Wenn unsere OMI-Token jetzt hier angezeigt werden, ganz wichtig auch immer mal darauf achten, dass hier nicht Ethereum steht, sondern OMI, dann müssen wir auf jeden Fall erstmal noch unter omi.vivi.me an dieser Stelle hier einfach mal unter Send und Receive gehen und hier unsere Adresse uns rauskopieren. Diese nehmen wir dann einfach mal mit und tragen die dann hier beim Receive einfach ein. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, nur auf jeden Fall auch diese Adresse hier rauskopieren und keine andere Adresse einfügen, denn ja, ansonsten kommen die OMI-Token leider nicht an. Dann müssen wir natürlich hier noch unseren Amount eingeben, den wir dann transferieren wollen und senden das Ganze dann ganz einfach hier auf unser omi.vivi.me Wallet. Da fallen auch keine Kosten an. Das heißt, hier auf dem Layer 2 ist das Ganze im Prinzip kostenlos. Dann haben wir unsere OMI-Token hier auf der Wallet, können das auf jeden Fall staken und uns fleißig noch ein paar MCP-Punkte dazu verdienen. Und das war im Prinzip tatsächlich jetzt auch schon der Part, wie ihr eure OMI-Token auf die Vivi-App bekommt. Es kann tatsächlich auch das ein oder andere Mal etwas länger dauern, bis dann auch die OMI-Token uns irgendwo angekommen sind, da einfach keine Panik haben, sondern einfach mal auch kurz geduldig sein. Jetzt haben wir geklärt, wie wir unsere OMI-Token von dem Layer 1, das heißt von der Exchange, Cold Wallet, whatever, auf die Vivi-App bekommen. Aber wie bekommt man jetzt seine OMI-Token wieder von dieser App runter? Das schauen wir uns natürlich jetzt auch nochmal an. Dazu gehen wir hier natürlich unter Send and Receive einfach und geben dann hier unsere MetaMask-Adresse ein, denn das ist ja auch sozusagen die Adresse, die wir hier bei der Bridge selber haben. So, dann tragen wir die im Prinzip hier ein und transferieren natürlich unseren Amount of OMI dann hier auf die Bridge selber. Dann haben wir das Ganze hier auf der Bridge, gehen unter Wide Draw und dann müsste hier unsere Balance im Prinzip stehen, wenn das Ganze auch angekommen ist. Dann haben wir hier den Button Prepare. Ihr seht jetzt bei mir den tatsächlich nicht, weil ich jetzt gerade keine OMI-Token hier auf der Bridge habe. Da müsste dann aber der Button Prepare kommen. Da müsst ihr noch euren Amount of OMI auswählen, den ihr sozusagen preparen wollt, um das Ganze dann auszuzahlen. Wenn das Ganze fertig prepared ist, was manchmal tatsächlich auch einige Stunden dauern kann, dann seht ihr unten bei Wide Draw Bill euer Amount of OMI. Und dann, wenn das sozusagen hier steht, dann könnt ihr das Ganze auch auszahlen. Geht dann hier einfach unter Wide Draw und hier könnt ihr dann natürlich auch angeben, wo ihr das Ganze hinsenden wollt. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle auch, da müsst ihr natürlich auch wieder Fees bezahlen. Das heißt, ihr müsst im Prinzip wie gesagt Fees bezahlen, wenn ihr es sozusagen hinschickt auf die Bridge und wieder auch zurück von der Bridge. Im Prinzip tatsächlich auch zweimal. Ist an dieser Stelle natürlich ein bisschen doof. Kann man aber tatsächlich auch leider nichts dran ändern. Es ist so, wie es ist. Wenn das Ganze Wide Draw ist, dann habt ihr das Ganze hier auf der Meta-Mask und hier müsst ihr dann natürlich hier unter Echromit dann auch unter Senden drücken und dann könnt ihr das Ganze hier einfach natürlich ausfüllen. Ist, denke ich, relativ selbsterklärend, wie man das Ganze dann hier macht. Betrag auf OMI eintragen, Wallet-Adresse, wo ihr das hinsenden wollt und so weiter und so fort. Ganz wichtig hier natürlich auch wieder, ihr müsst natürlich auch Ethereum auf der Meta-Mask haben, um das Ganze durchführen zu können. Ich denke aber, es ist an dieser Stelle relativ selbsterklärend, wie man das dann macht. Falls ihr an dieser Stelle noch Fragen auftauchen sollten für dich, schreibe es mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich riesig über auch dein Feedback hier zu dem ganzen Video freuen und wünsche an dieser Stelle dann jetzt auch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.